Vom Pachtbetrieb in Gallnöckirchen 1982 zu einem der innovativsten Fleischverarbeitungsbetriebe Österreichs. Kreisinger ist ein Familienunternehmen mit traditioneller Ausrichtung und modernstem Equipment. In der fast 40-jährigen Erfolgsgeschichte wurde immer auf Qualität gesetzt und die Regionalität in den Vordergrund gestellt. Die Vierab-Werkmärkte außerhalb des Stammsitzes in Münzbach erfreuen sich größter Beliebtheit und möchten wir Ihnen nun näher vorstellen. Freistadt ist von Anfang an der Stammsitz des Unternehmens und wird seit jeher als die Kreisinger Filiale mit jahrzehntelanger Tradition geführt. Hier gibt es eine kundenfreundliche Beratung in der Thekenbedienung, die von jung bis alt sehr geschätzt wird. Ja, Freistadt hat zu bieten. Wir sind nur die Einzigen, die nur eine Deckenbedienung haben. Und das, was unsere Kundschaften sehr schätzen, ist, dass sie einfach kommen und sie kriegen genau das, was sie sich wünschen. Sie kriegen auch ein Schnitzel oder fünf Schnitzel und brauchen nicht unbedingt ein großes Packerl nehmen. Und natürlich auch unsere warme Decke mit den Stürzen, Händeln. Machen wir auch eine Vorbestellung, können Sie jederzeit haben. Wir machen auch Schnitzelsämmeln. Und unsere Salate, der Rindfleischsalat oder der Wurstsalat wird auch sehr gerne angenommen. Und unsere kalten Platten oder Brötchen machen wir auch. Und das wird sehr gerne angenommen. Da haben wir wirklich einen sehr guten Erfolg damit. Wir haben im Prinzip durchschnittlich drei Generationen, was bei uns einkaufen. Das von der Oma zu der Mama und die Kinder. Das ist schon sehr super. Auch das besondere Angebot von kalten Platten und individuell garnierten kulinarischen Genüssen für Veranstalter und Partys kommen sehr gut an. Der Abwerkmarkt in Amstetten in der Karl-Benz-Straße wurde 2012 gestartet und inzwischen innen wie außen großzügig adaptiert. Das Besondere bei uns in Amstetten sind die regionalen Produkte. Die Firma Greisinger verwendet nur österreichische Qualität. Das sagt einem Kunden sehr gut zu. Unsere handgetretenen Knödel und die Suppen, das passt alles ganz rund ins Sortiment einer. Ein besonderes Highlight ist die Zusammenarbeit mit dem Beck ums Eck. Im Gebäude direkt ist dann noch der Bäcker angeschlossen und so der Necker, der ist auch aus Amstetten. Damit eben die Produkte, die passen sehr gut zusammen. Da kann man sich dann eben nach Herzenslust auch nachspeisen oder zu holen. So werden die Greisinger Produkte als Mittagssnack oder Jause zu einem kulinarischen Hochgenuss. Der Abwerkmarkt Steyr in der Hans-Gerstmeier-Straße folgte 2017 und operiert nach dem seltenen Konzept wie Amstetten. Highlight ist hier die Backbox, wo es immer frisches Brot und Gepäck gibt. Sowie warme Leberkassemmerl, Stelzen oder andere Snacks für den Heißhunger zwischendurch. Beliebt bei uns in der größten Greisinger Filiale sind nicht nur die frischen Jausenprodukte, sondern auch unsere Greisinger Backbox, wo wir mehrmals täglich Brot und Gepäck aufpacken. Ein Render von Donnerstag bis Samstag sind unsere frischen Stürzen und Leberkassemmerl. Im Sommer veranstalten wir immer wieder Live-Events wie das Schaugrillen, was direkt in der Filiale ist und sehr beliebt. Steyr ist zudem der größte Abwerkmarkt von Greisinger. Als vorerst letzter Abwerkmarkt von Greisinger stieß Perk in der Nanastraße im Dezember 2019 dazu, der neben einem höchst attraktiven Ladenkonzept, ansprechendem Interieur- und Wohlfühlatmosphäre mit ausgesprochener Sauberkeit und Kundenfreundlichkeit punktet. Die Ende 2019 öffnet die Filiale Drittals Greisinger, der Mühlviertel, auf, um die Regionalität besonders hervorzuheben. Besonders wichtig ist uns die Nähe zu den Kunden, was sich eigentlich durch das tolle Raumkonzept und Filialgestaltung widerspiegelt, wo man reingeht. Man fühlt sich voll wohl und es ist sehr einladend für die Kunden. Ein besonderes Highlight in dieser Greisinger Filiale in Perk ist das Landl-Eck, wo es ein breites Angebot an regionalen Lebensmitteln von Produzenten aus der unmittelbaren Umgebung gibt. Ein Vollsortiment für den täglichen oder wöchentlichen Einkauf. Greisinger, der Müllviertler Fleischermeister. So schmeckt Heimat. Von Frischfleisch bis Schinkenspeck, von Schweinskarree bis Rinderbraten, von Aufschnittwurst bis Scharferbeißer, alles was das Herz begehrt, frisch ab Werk und freundlich fürs Geldbörserl. Überall erhältlich ist auch das spezielle Sortiment im Hundefutterbereich mit Leckerlis für die vierbeinigen Lieblinge. Von Rinderpansen bis Hirschfleischpunkerl, Hundesnacks in Hülle und Fülle. Unser Hundeeck, sagen wir immer dazu, also das sind halt auch die getrockneten Produkte für die Tiere. Andere Katzen mengen das oft genauso gern als wie die Hund. Und eben Fleischsachen roh runtergedreht, was jetzt eben sehr modern ist zum Barfen. Und auch eben in unserer österreichischen Qualität. Wir sehr gern angenommen. Regional frisch und günstig. Die Greisinger Produkte direkt aus der Produktion in Münzbach. Für jeden Haushalt. Besuchen auch Sie die Abwerkmärkte in Freistadt, Perk, Amstetten und Steier.